Das gibt ja nochmal zum Entdecken. Na, das ist einer von acht Windsecken. Da drüben sehe ich zum Beispiel noch einen. Genau gegenüber von uns. Und die Brücke finde ich richtig cool, wie die da aussieht. Finde ich richtig fortschrittlich. Vor allen Dingen, die geht da hinten in eine Zivilisation. Das sieht man hier nicht oft. Hm. Ich finde, ich sehe die richtig cool aus. Ich bin mir nicht sicher, weil irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Sagen wir einfach, wir haben jetzt zwei schon gefunden, weil den da drüben sehen wir ja eindeutig. Wir halten uns ein bisschen größer. Das ist ja nicht nur das Gebiet hier. Das war ja auch das Gebiet, wo wir reingekommen sind. Ja, trotzdem. Wir müssen aber sowieso darüber irgendwie. Ja, wir müssen irgendwie hier so lang. Obwohl, wo du lang gehst. Also ich wäre hier lang gegangen. Wo ich lang gehe. Weil wir wollen jetzt so zu... Wie hieß die Stadt nochmal? Samperion. Ja, ein Sanctuary. Aber wie können wir da hin? Wir gehen hier einfach, wir springen hier einfach bombastisch runter. Sieht zwar irgendwie hoch aus, aber pfff. Whatever, wen interessiert. So, wie kann ich hier mal runter springen? Was? Wo denn? Ja, genau so ungefähr. Was geht, Junge? Überwältigend. Hä? Pst. Perfekter Doppelregenbogen. Hä? Oh, 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 oh. The fuck? Was hat das zu bedeuten? Äh, nichts. Überwältigend. Was soll das sein? Hä? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Jack, hallo? Ich habe mir gerade einen Achievement getrackt, dass wir das gehört haben. Was hat das zu bedeuten? Also ehrlich, das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Irgendwas haben die sich dabei bestimmt gedacht. Ich habe übrigens noch einen Sack entdeckt. Und noch einen. Oh. Naja, direkt vor uns, wo wir jetzt hingehen. Was? Direkt hier vor uns. Hier oben drauf auf dem Berg. Der Tunnel hier sieht irgendwie cool aus. Aber ich will erstmal kurz zu dem Wetter-Sack. Hallo, Wetter-Sack. Ey, das sieht auch cool aus. Mann, hier gibt es so viele Orte, die irgendwie cool aussehen. Das sieht so wieder... Was ist denn das? Oh, hier ist ein Auto. Auto. Ja, sag ich ja. Ich habe was entdeckt, dafür gibt es Erfahrungspunkte. Du hast es entdeckt? Ja, ich habe hier was entdeckt, ja. Muss ich da jetzt runterkommen, auch? Kannst du machen. Warte kurz, ich muss nur kurz... Hey, ich habe auch was entdeckt. Was hast du entdeckt? Das Bäm. Ich habe Overlook entdeckt. Overlook will ich auch entdecken. Oh! Das war mein nettes kleines Städtchen. Bis Hyperion kam. So eine Stadt sagen? Ja, wundert mich auch gerade. Unter Schädelfrost. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen. Sobald die Mondbasis deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Schnellreisestation haben. Okay. Cool. Probieren wir das mal aus. Hallo. Äh. Bald startet die Hyperion Grinder Lotterie. Er sendet jetzt die Lieferanfrage. Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten. Warum glaube ich, dass es nicht funktioniert? Das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen. Angel? Was? Oh, oh. Was geht hier ab? Das war so klar. Es war eigentlich so klar, dass wir jetzt hier was Episches machen müssen. Von wegen Beschützen. Sprengstoff. Oh mein Gott. Granate! Kann ich auch. Bam. Oh, haltet. So. Nimm das! Das ist voll so ein Typ neben dir. Hast du denn schon gesehen? Wer ist? Der hier? Ja, den habe ich gesehen. Deswegen habe ich ihn ja getötet. Nein, wirklich? Oh. Irgendwie... Aber die Station gerade. Ich will es auch nicht. Ah, jetzt warten. Oh, jetzt ist ein Lästig-Sport. Voraussichtliche Bearbeitungszeit? Drei bis sechs Wochen. Was? What? Nein, nein, nein. Ich verändere ein paar Daten, mal sehen, ob ich das beschleunigen kann. Ach, chill. Was zum Alter warst du da? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mach die Dinger kaputt. Die machen uns das Ding kaputt. Oh, äh. Hast du das gerade gehört? Was hat sie gesagt? T-Bone Junction braucht keine Medikamente oder so. T-Bone Junction ist in Source 4111. Ah. Alter. Geh weg von dem Ding. Geh weg. Ja, das war so klar. Ich repariere ihn. Ich finde das ja gerade episch, sich auszudenken, sowas. Mann. Aber es ist total nervig. Viel zu viele Leute hier. Ich fremde mich doch schon an. Ne, ich mich doch auch. Ich schieße schon mit zwei Schrotfilten, reicht doch? Ja. Mit zwei Raketenwerfern wäre es cooler. Geh weg. Ah. Ich habe ihn noch aufgehalten. Oh, 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 oh nein. Ja, los, beeil dich doch mal. Nein, keine Konstruktion. Ich will, dass wir überleben. Eine Konstruktion. Nein, bitte nicht. Ich. Oh, Arschloch. Hiberian möchte daran erinnern, dass alles noch viel schlimmer sein könnte. Ja, danke. Oh, Konstruktor, geh weg. Immer schön aufs Auge schießen. Ah, gut, dass es doch nicht so hochlevelig ist. Okay, der eine Konstruktion ist kaputt. Wo ist der andere? Ich bin sicher. Äh, was ist da oben? Da oben ist schon wieder irgendwer. Oh, scheiße, wir können immer nicht mehr. Wir haben uns die Regierungen gefunden. Ja. Einfach mal random. Oh. Gott. Los, geh weg, geh weg, geh weg. Hau ab. Verletzungen kritisch. Ja, kritisch. Geh weg einfach. Geh einfach weg. Geh weg. Keine Munition mehr. Fuck. Eine andere Waffe. Ja, muss ich jetzt mal... Warte. Was? Ich kann das Menü nicht öffnen? Warum nicht? Jetzt kann ich's öffnen. Ich nehm jetzt irgendeine Pistole. Und... Granatwerfer. Ja! Los! Die werden deine Schnellreisestation jetzt ziemlich bald schicken. Verdammt, Angel, was soll das? Das sind die Bösen! Gar nicht wahr. Du bist der Böse. Das sind die alles, was ich habe. Alles! Was? Oh mein Gott, badass! Oh nein. Och, du Scheiße. Ich hab keine Muni mehr von meinem Raketenwerfer. Ich hab nur zwei. Und Overloader. Nein! Geh weg! Oh Gott. Oh, der Versorgung ist schon wieder kaputt. Ja, sorry! Ich bin halt nicht so gut. Das ist auch grad ein bisschen unübersichtlich hier, muss man dazu sagen. Na, endlich! Hau ab, hau ab, du badass! Sie ist gleich da. Du musst den Transmitter nur noch ein paar Sekunden lang beschützen. Guck! Komm schon, komm schon, komm schon! Sie ist einfach runtergefallen. Ich weiß auch nicht, ich hab's nicht gesehen. Stimmt, ich ist einfach gelandet. Sie ist einfach gelandet. Sie ist einfach gelandet. Sie ist einfach in den Boden gestöpselt. Sie steht ab sofort als Reiseziel zur Verfügung. Los, schnell! Kehre mit der Schnellreisestation nach Sanctuary zurück. Oh, gerne. Ich verstehe. Ja, wo ist die denn? Sie steht ja schon, ich hab's nicht zu lange gehört. Achso. Los, komm, 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 geh! Ja, wir haben's geschafft. Oh, ja, ja. Wir gehen zu Sanctuary. Oh mein Gott, was war das für eine Scheiße! Boah! Aber wenigstens haben wir ordentlich viele Truppen... Ach du Scheiß, guck dir mal an. Guck dir mal an sich nur die Map an. Wie viele Ausrufezeichen da sind. Was ist denn hier los? Oh, so viel Leben ist hier und ich weiß nicht, ob mir das gefällt hat. Boah! Meine Güte! Ich muss mir erst mal Munition kaufen. Hier? Ey, was ist mit euch passiert? Was ist mit ihm passiert? Ähm. Oh, wir müssen Mordfall untersuchen! Ja! Hey, Lust, einen Mordfall zu klären? Ja! Machen wir das einfach mal, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. Einer von den Gattervierlingen hat den Jungen da drüben abgeknallt. Ich ernenne dich zum Deputy. Hör dich über Moxie und Zett um und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerl abgedrückt hat. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit habe ich nicht. Du gehst zu Zett, ich geh zu Moxie. Äh, eigentlich wollte ich noch kurz meine Waffen mal ein bisschen... Wer ist denn? Warte, wieso denn den Marshall auch noch? Warte! Den Marshall! Also, vor ein paar Stunden habe ich einen Schuss gehört. Habe ich natürlich ignoriert. Bis jemand gekommen ist... Yeah, jemand will. Du könnt jetzt vier Waffen aufnehmen. Ich hab den jungen Blutend auf der Straße vorgefunden. Warte Gott! Warte Gott! Und einen von den Gatterjungs habe ich weggehalten. Mehr weiß ich leider auch nicht. Hm. Okay, gut. Jetzt darfst du gerne loslegen. Was gibt's? Nee, ich hab gut ober. Ich dachte, wir können vier Sachen aufnehmen, aber ich glaub, das ist sowieso so. So. Ich muss erstmal kurz Munition kaufen. Munition! Munition! Ja, Munition! 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 Boah, ist das viel Munition gewesen. So! Hey, wieso habe ich keine Granaten gekauft? Ich bin scheiße! Bei Qualität niedrige Preise und ich stelle keine Frage! Aus dem Grund kann ich den restlichen Strand, denn ich hab' nicht verkaufen. Ich weiß mein Freund, wenn du woanders nicht mehr in den Winter hab. Äh, ich kann. Immer noch. Aber ich kann immer noch ganz viel aufnehmen, glaube ich. Äh, was will ich denn verkaufen? Will ich die überhaupt behalten? Sehr effektiv gegen Fleisch. Hm. Fleisch. Ich glaub, die verkauf ich so. Äh, Wildcan, die behalte ich. Der Sniper kann ich jetzt auch wegkaufen. Äh, das behalte ich noch, das behalte ich noch, und das behalte ich auch noch. Es ist ein Instrument. Du spielst Todesmelodien. Ich dirigiere. Cool. La-Satz. Aber, ja, er ist gruselig. So, lass uns mal weitergehen. Ja, ich kann gerade Kram nicht verkaufen, das muss ich nur ganz kurz erledigen. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie nur die ganze Zeit verpackt irgendwie, keine Ahnung, wieso. Ja, ist nicht so schlimm. Hab's aber leid. Okay, gut. Ich, äh, rede schon mal mit Moxie. Reden mit Moxie. Und du kannst dann immer noch mit Dr. Z reden. Moxie, hey, was hast du gehört? Die Gatterbrüder? Ja, so einer ist vor ein paar Stunden hier reingeplatzt und verlangte einen sicheren Hafen. Ich sagte, ich kann ihm nichts versprechen. Da ist er giftig geworden. Ich musste zu Ruby greifen und ihm ein paar verblätten. Sein Schild hat die ersten zwei Schüsse geschluckt, aber puh, den letzten hat er gespürt. Ich lass mir doch in meinem eigenen Schuppen nicht drohen. Okay, danke Moxie. Ich guck mir mal kurz die Jungs noch mal genauer an. So. Von dem... So, Leute. Welcher Arsch von euch hat... Wessen Schild ist angekreidet, hä? Aha, du hast schon gar kein Schild mehr. Mhm. Du hast... Du hast... Du hast... Jetzt... Ey! Zeig mir verdammt noch mal... Sag mal. Arsch! Okay. Du hast... Ah, verdammt. Du hast noch ein ganzes Schild? Aber du bist angeschossen. Du hast auch noch ein ganzes Schild. Und du hast auch noch ein ganzes Schild. Ich geh mal zu Dr. Werder. Ja, ich will denen aber zuhören, weil das ist wichtig. Äh, du kriegst das über Echo. Ja, ja, ich weiß, ich will trotzdem da sein. Ich hab so... Ich hab das ja gerade auch gehört. Hast du ihm so aufgefallen, dass die Säule in der Mitte läuft? Ja. Äh, warte mal ganz... Darf ich mir das ganz gut ansehen? Mach das. Oh. Interessant. Wir stehen da gestorben. Wollen wir zurückkommen? Wollen wir zurückkommen? Was ich nicht. Wäre interessant. Na ja, gut. Okay, lass uns mal mit Dr. Zed reden. Hallo! Hey! Mal sehen, wenn er geholfen hat. Was... Tust du hier eigentlich? Was... Hey, whatever. Er tut das, was er immer tut. Stimmt. Der ist wieder so gut wie neu. Aber das kleine Stinktier hat mir zu viel bezahlt. Sechstausend... Äh... Fünftausend Piepen. Die musst du doch nicht beschlagnahmen, oder? Nö. Okay, also er hat sich wieder geheilt. Und wie sollen wir rausfinden, wer es war? Es ist einfach der, der ohne Schild und sich vollständige... Ich hätte gesagt, es ist der, der jetzt kein Schild hat, weil sein Schild hat eindeutig Schüsse geschluckt. Aber der volles Leben hat. Wo sind denn die Arschlöcher jetzt schon wieder? Hier, warte, warte, warte. Also einer von denen, der hier, der hier ganz vorne steht, der kann es schon mal nicht sein. Weil der hat volles Leben und vollen Schild. Also entweder... Ich weiß nicht. Also der, der angekratzt ist, der ist es bestimmt auch nicht. Also ich hätte ja gesagt, dieser Arsch hier, der hier, der hier. Warum? Na, weil der hat kein Schild mehr. Und Moxie hat gesagt, die hat ihn eine... Ich weiß nicht, ob sie ihm eine geballert hat, oder... Oder... Wo hat der denn hier sein Schild? Der hat doch ein Schild. Oder? Na, wenn du ihn anvisierst... Dann siehst du doch seine Schildleiste. Ach ja, richtig. Und dann ist eindeutig klar, dass er immer noch vollständige Schilder hat. Und der hier ist angekratzt. Hat aber ein vollständiges Schild. Was ist das der hier sein? Er hätte die jetzt auch gesagt. Ich beschuldige den jetzt einfach mal. Ha, 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 ha! Fäulich! Tschüss, ihr Arschlöcher! Alter! So bitte, wo... Was? Alter! Hä, wie sollte denn das gehen? Hä? Hä? Kapier ich nicht. Gar nicht. Der hätte doch ein vollständiges Schild! Jetzt bin ich verwirrt. Ich auch. Ja... Ich finde... Nein, ich bin nicht zufrieden. Ernsthaft, ich bin unzufrieden. Keine Ahnung. Mann! Ich hab ne Waffe gekriegt, das macht aber keinen Sinn. Ich find das voll scheiße! Eigentlich haben wir's richtig gemacht. Ich dachte! Eigentlich. Mann! Machen wir's... Gucken wir uns erstmal noch die anderen optionalen Missionen an? Mal sehen, was die so haben, so. Ach, Mann! Du gehst zu Marcus! Ah, Marcus hat ja ne Mission zu uns! Ich geh zu Moxie! Moxie hat auch ne Mission! Geh zu Moxie! Ich geh mal Marcus angucken! Hallo, Marcus! Ups, ich hab dir denn nicht nen Ecolog aufgenommen! Ach ne, ist es nicht! Schon wieder! Run, da ist die Klappe! Hämmerlok! Hämmerlok hat ne Mission! Hämmerlok hat ne Mission! Hast du das Gefühl? Du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug! Marcus, leid mal dazwischen bitte! Oh, ne Schlagwaffe! Uh! Oh wie ein Schlagschrohschritte! Was gibt er uns denn? Optimale Mission! Optimale Mission! Uh! Ein Schwierigkeitsgrad! Hart! Hart! Ja, hart! So, Markus. Markus hat verloren, was dem Wehrpürzen war. Dein Geld? Ja, wahrscheinlich. Sag ich ja, Privatseffekt. Du kannst bereits in den Händen von irgendwelchen Banditen sein. Du musst zurück zu diesem monströsen Krater und mir mein Seifeder beschaffen. Oh, nö. Geht's klar, Markus? Okay, wir müssen hier bei ihm... Warte mal, ich nehm mal die kurz an. Damit, erzähl mal. Du fragst dich, wieso ich nie selbst ins Feld ziehe. Die Antwort lautet Old Slappy. Ein Thrasher, der mich mal fast getötet hat. Die Wissenschaft fordert, dass ich ihm vergebe, ihn studiere. Mein Rachedurst fordert, dass ich ihn töte. Heute, mein Freund, wirst du der Arm meiner Rache sein. Ich nehm mal die vom Message-Bord-Jahr noch. Wow, warte kurz, was gibt der uns hier? Was ist das? Old Slappy hat mir bei unserem letzten Zusammentreffen einige Gliedmaßen abgenommen. Ich hoffe, der Geruch meiner Extremität... What the fuck? Er hat mir seinen Arm gegeben, um zu Ende zu bringen, sozusagen. Tja, du bist ja merkwürdig und es ist ja aufgefallen, dass du drüben die Wand offen hast. Bei wem ist die Wand offen? Du bist die Wand offen. Die Wand ist offen, wo bist du denn? Hier drüben. Hier draußen. Hier ist die Wand offen. Will man da runterfallen? Ne, will man glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir... Guck mal da drüben, ist da was? Ich komme hier nicht weiter. Unsichtbare Wand. Ja, hier hat man schön was verstecken können, weil er weiß, ob mich noch woanders was versteckt ist. Wollen die, guck mal, ich schwebe! Ich bin Jesus! Jetzt guck mal hier in die Slackwaffe. Die schmeiß ich auch weg. Ach man, du bist scheißer! Hörst du mal auf alles, was du hast, wegzuschmeißen? So, warte mal. Ich muss mal den anderen Fall von ihm auch noch. Guck mal hier, er hat keinen Arm mehr! Ausgelacht. Lol. Nimm mal die andere, muss ich nicht mehr machen. Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Diese Kristallisken sind schon rechte Bastarde, was? Ne, wissenschaftlicher Ausdruck. Wenn du herausfindest, was sie so in Rage gebracht hat, bin ich bereit, dich in barer Münze zu entlohnen. Bildlich gesprochen. Ich werde dir natürlich viel mehr als nur eine bare Münze bezahlen. Mir gefällt einfach die Redewendung. Zu den Kostik-Caverns mit dir. Oh ja. Ja, na klar.